Hallo, mein Name ist Peter Smohli, ich bin der Geschäftsführer der Analytics Creator Solutions GmbH mit CZ München. Ich stelle Ihnen in den nächsten fünf Minuten die Analytics Creator Technologie vor. Analytics Creator automatisiert den gesamten Datenmanagementprozess für Ihre analytische Anwendung. So werden die Daten aus Ihrem operativen Quellsystem bis hin zum Frontend gemanagt. Bisher wurden sogenannte ETL-Tool-Technologien dafür verwendet. Analytics Creator ersetzt diese konventionelle Vorgehensweise. Analytics Creator orchestriert den gesamten Lebenszyklus eines Data Warehouses bzw. eines Data Marts. Das ist der Design Prozess, die Entwicklung, die Maintenance, Change Prozesse und das Deployment. Was ist der Nutzen für Sie als Unternehmen? Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Analytics Projekt, das Sie einer externen Consulting Firma vergeben. Bei 80 Personentagen kostet Ihnen das Projekt vielleicht 100.000 Euro. Mit Analytics Creator können Sie dieses Projekt intern durchführen, mit Ihren eigenen Mitarbeitern. Auch dann, wenn Sie nicht die geforderten Skills haben. Außerdem reduzieren Sie den Aufwand von 80 Personentagen auf 40 Personentagen. Das kostet Sie vielleicht intern 20.000 Euro im Verhältnis zu 100.000 Euro. Wenn Sie diese Prozesse nicht automatisieren, Ihr Consulting Dienstleister macht es demnächst bestimmt. Denn auch er möchte mit Ihnen 100.000 Euro bzw. 80.000 Euro Marge verdienen. Vielleicht ist Ihr Consulting Dienstleister bereits schon unser Partner. Also, wesentlicher Outcome, massive Kostenreduktion, rascherer Time-to-Marketer-Analytics- bzw. Business Intelligence-Anwendung, wesentliche Qualitätsverbesserung und hohe Projektsicherheit. In den nächsten fünf Schritten zeige ich Ihnen, wie Sie eine Anwendung live bekommen. Im ersten Schritt verbinden Sie sich mit Ihren Quelldaten. Sei das ein ERP-System, CRM-System, IOD-Daten oder Webshop oder was auch immer. Im zweiten Schritt, Declare, beschreiben Sie Ihre Quelldaten und legen deren Bedeutung fest. Im Schritt drei, Analyze & Suggest, analysiert ein intelligenter Wissart Ihre Daten und schlägt einen Entwurf für ein Data Warehouse vor. Im Schritt vier wird dieser Entwurf verfeinert. Es kommen Kennzahlen hinzu, Berechnungsweisen, Dimensionen usw. Im letzten Schritt, Deploy, generiert Analytics Creator den Source-Code für Ihr Data Warehouse, inklusive gesamte Ladestrecken. Sie können dann auch noch entscheiden, ob das Data Warehouse in der Cloud publiziert wird oder lokal bei Ihnen auf den Rechner. Außerdem legen Sie fest, welches Business Intelligence oder Analytics Frontend Sie verwenden. Dementsprechend werden die Daten vorbereitet, sei das ein ClickView, ein Tableau, ein Power BI, ein Cognos, was auch immer. Ja, muss glauben Sie, wie lange das gedauert hat. Mit herkömmlicher Vorgehensweise ein paar Tage. Mit Analytics Creator ein paar Stunden. Analytics Creator generiert fehlerfreien getesteten Code. Ebenso kann es verwendet werden, um bereits bestehende Data Warehäuser zu modernisieren. Sie sind unabhängiger von teuren Beratern, ob intern oder extern. Sie sind unabhängiger von Technologietrends und Architekturen. Heute ist die Zeit des Big Data, der Data Vault Modellierung, der Kimmel Modellierung. Aber was kommt morgen? Machen Sie sich keine Sorgen. Analytics Creator optimiert immer die neuesten Technologien und bietet sie Ihnen an und stellt sie zur Verfügung. Sie agieren damit Architektur und Technologie unabhängig. So gibt es auch eine Datenschutzautomatik, Datenschutzverordnungsautomatik. Aber mehr dazu auf unserem Stand mit der Nummer 10. Sie sind selbst unabhängig von Analytics Creator. Wenn Sie das Produkt nicht mehr einsetzen wollen, das macht gar nichts. Sie können das erzeugte Ergebnis, das Data Warehouse immer betreiben. Wie sieht ein Projekt aus? Unser Trainer kommt gerne zu Ihnen. Auch die Trainer von unseren Vertriebspartnern. Wir coachen Sie mit Ihren eigenen Daten, mit Ihrem eigenen Projekt. Und führen auch gesamte Projekte bei Ihnen durch. In wenigen Tagen sind Sie fit und können das Projekt zu Ende führen. Kommen Sie zu unserem Stand mit der Nummer 10. Dort erhalten Sie den Zugang für einen kostenlosen Account und können das Ganze ausprobieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.